Okay, Aufzeichnung läuft. Dann in diesem Sinne auch heute wieder herzlich willkommen zu unserer Brownback-Session. Heute mit dem Schwerpunkt agiles Lernen und Lerncoaching in der Berufsausbildung. Ähnlich wie gestern bei der Session von Manuel wird es so sein, ich werde einen kleinen Impuls halten, was ich darunter verstehe, wie ich das Ganze sehe und danach können wir gerne in den Austausch gehen, also der Impuls vielleicht maximal zehn Minuten. Wenn irgendwelche Fragen sind, gerne über den Chat. Die Eva, meine Kollegin, ist auch mit da, die guckt ein bisschen in den Chat rein, wenn ich irgendwas nicht finde oder nicht sehe, sodass ich versuche, auf alle Anregungen einzugehen, damit es kein Monolog wird, sondern ein Dialog. Vielleicht noch ein paar Worte zu mir, wieso ich jetzt bei dem Thema Berufsausbildung heute die Session halte. Ein ganz kurzer Lebenslauf zu mir. Also ich habe vor über zehn Jahren selber eine IHK Berufsausbildung gemacht, war danach jahrelang tätig als Softwareentwickler und Scrum Master und die letzten zwei Jahre sogar in der IT-Ausbildung selber tätig und habe auch in der Zeit meine Zertifizierung oder Ausbildung zum agilen Lerncoach gemacht, wo ich auch seitdem jetzt tätig bin. Und wenn man sich das ganze Thema IHK oder Berufsausbildung anschaut und ein bisschen sich da einliest, dann kommt man ja sehr schnell auf diese zeitliche, sachliche Gliederung. Das ist so ein, ja, das ist jetzt nur ein kleines Bild, zum Beispiel bei einem Fachinformatiker. Das sind sieben Seiten mit alles Mögliche an Schlagwörtern, was denn so ein Azubi denn lernen muss, lernen soll. Da tauchen dann so Sachen auf. Okay, so ein Azubi soll nach drei Jahren marktgängige Systeme kennen und er soll sie auch unterscheiden können. Er soll verschiedene Systemlösungen herstellen und betreuen können. Er soll Systeme analysieren, designen können. Er soll Programme entsprechender fachinhaltlichen Funktionen modular aufbauen können. Er soll Schnittstellen konzeptionieren können. Er soll verschiedene Vorgehensmodelle der Systementwicklung kennen. Und er soll das Ganze noch testen können, dokumentieren können. Also kurz gesagt, so eine eierlegende Wollmichsau wäre doch nach drei Jahren ganz nett. Und kleine Bitte, bitte nicht mit der Maus klicken, weil ich habe festgestellt, alle können die Folien berühren. Und irgendjemand hat gerade die Folien berührt. Und das Schöne an diesen sachlichen, zeitlichen Gliederungen bei Fachinformatiker ist die knapp aus dem Jahr 97, das heißt 23 Jahre alt. Ja, sie wird diesen August über erneuert, das weiß ich. Aber ich sage mal, es ist schon mal so ein Standing zu sagen, okay, wir haben die Informatiker von morgen und wir haben so ein Basiswerk von 97 und das Ganze soll man noch zusammenfügen. Und nachdem ja die meisten Informatiker in agilen Unternehmen oder mit agilen Methoden in Verbindung kommen, ja, irgendwie das alles unter den Hut kriegen, wie geht denn das sowas? Und da vielleicht als kleines Bild nochmal, das, was ihr ja gerade lernt oder wo ihr euch gerade damit auseinandersetzt, ist so ein kleines Big Picture, das wir uns mal gemalt haben, der agile Lerncoach. Ich gehe jetzt da nicht in der Tiefe drauf ein, aber ich glaube, viele von den Impulsen habt ihr entweder am Montag bei der Vera schon gehört oder erarbeitet ihr euch gerade auf eurem individuellen Lernen und Lehrpfad. Was halt da sehr wichtig ist, ist dieses persönlich, individuell, dieses gemeinsam, dieses iterative, agile Lernräume. Und das alles eben mit diesem, ja, 23 Jahre alten Konstrukt verbinden oder, da fehlt leider eine Folie, oder wenn man auch in der agilen Hochschuldidaktik sich damit auseinandersetzt, da findet man dann auch in vielen Büchern, kommen dann so Begrifflichkeiten vor, wie bitte miteinander lernen, dann fortlaufende Anpassung von einem Lehrangebot, was schon mal sehr spannend ist bei 23 Jahre Alter. Oder auch so Themen, didaktische Entscheidungen sollen doch bitte im Moment getroffen werden. Ich glaube, jeder von uns kennt es entweder aus der Schulausbildung oder auch aus der Berufsausbildung, so Themenentscheidungen im Moment ist immer eher schwierig. Man hat eher immer das Gefühl, dass viele Lehrer oder viele Dozenten so teilweise verstaubte Ordner jedes Jahr aufs Neue hervorholen, wo sie halt dem neuen Jahrgang wieder die gleichen Elemente beibringen. Und wir fahren jetzt eben den Ansatz, oder wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir das Ganze unter einen Hut kriegen? Also wie können wir das, was ihr zurzeit erlebt mit agiles Lernen, agiles Lerncoaching, mit diesem Kontext Berufsausbildung, und da will ich jetzt nicht alles schwarzmalen, das hat auch viele gute Seiten, aber im ersten Moment erstmal teilweise ein bisschen verstaubte Ansichten, wie kriegt man das Ganze zusammen? Und ich habe da, wie gerade schon gesagt, in meiner Erfahrung, als ich da noch IT-Ausbilder war, habe ich schon das versucht, diese agilen Ansätze in der Berufsausbildung unterzukriegen. Wer da mehr darüber wissen will, einfach mal mich auf den verschiedenen Kanälen suchen, singen, LinkedIn, da habe ich auch schon im Rahmen der CLC ein bisschen was vorgetragen, da möchte ich gar nicht darauf eingehen, weil ich glaube, das wird eine längere Veranstaltung, der Volkmer kennt es ja. Aber heute möchte ich euch eher zeigen, neben den Aktivis, die das ja letztendlich am Ende erleben, haben wir uns jetzt auch gedacht, wir müssen vielleicht auch die Ausbilder selber abholen, weil also die Ausbilder, die ich kenne oder mit denen ich immer im Kontakt habe, die sind gefühlt schon immer Ausbilder oder die machen das schon viele, viele Jahre und die haben das ja schon immer so gemacht und die machen das halt, wie sie es halt damals erlebt haben oder viele von euch haben wahrscheinlich auch diesen Ader-Schein. Sobald man ja diesen hat, darf man ausbilden und wir versuchen eben mit einer neuen Zertifizierung, den sogenannten Coach für agile Berufsausbildung, den Ausbilder selber ein bisschen an die Hand zu nehmen und in diese agile Welt mit zu begleiten. Und um als kleines Big Picture für diesen Kurs oder was wir uns da überlegt haben, habe ich einfach mal die drei Kernelemente von diesem Titel auseinandergerissen und mit ein paar Bildern bepackt und würde einfach mal rechts anfangen. Berufsausbildung ist einfach der Kontext, okay, oben rechts hat man diesen Rahmenplan, den ich gerade angesprochen habe. Dann hat man dieses Bildchen, drei verschiedene Individuen, wo jeder so ein bisschen einen anderen Blick auf die Welt hat. Wie geht man mit denen um? Und unten rechts, wir reden immer noch von Ausbildung. Ausbildung heißt Lernen. Lernen bedeutet neues Wissen aneignen und das ist so unser Kosmos, in dem wir uns befinden. Und dann kommt man eben mit diesen agilen Methoden, oben der klassische Scrum-Zyklus, unten skizziert mal das agile Manifest oder auch einen Werkzeugkasten, weil für mich ist Agilität, Kamban, Scrum, alles ein Stück weit ein Werkzeugkasten, wo sich jeder was rausnehmen kann, jeder das rausnehmen soll, was er in dem Moment braucht, was ihm in dem Moment wirklich hilft. Und das ist so eine Komponente, okay, wie kann man das mit der Berufsausbildung verbinden? Und dann jetzt noch die Komponente Coaching, die ihr ja jetzt auch die Woche kennenlernt mit unserem agilen Lerncoach. Wie kann man die Komponente Coaching damit reinkriegen? Also wie kann man den Azubi so ausbilden, dass wir ihn sehr individuell, sehr bedarfsgerecht, also ihn wirklich als Individuum, was ja auch einer der agilen Werte ist, dieses Individuum in den Vordergrund stellt und nicht eben sagt, hey, hier ist dein sachliches, zeitliche Gliederung, lern die mal, lern das alles mal und dann schaffst du deine Prüfung, sondern wirklich den Azubi an die Hand nehmen, den Azubi individuell zu begleiten, damit er seinen individuellen Weg geht. Und ich sage es immer so schön, dass diese IHK-Prüfung einfach nur noch so, okay, das mache ich, weil ich es machen muss, um dieses Zertifikat oder halt diesen Rang zu erreichen. Aber letztendlich ist das Wichtigste ja, dass der Azubi wirklich fürs Leben lernt, dieses Thema Selbstwirksamkeit, dass er Themen lernt, versteht und sie dann auch anwenden kann und nicht dieses klassische Bulimie-Lernen, was vielleicht der eine oder andere im Studium mal gemacht hat, damit mir irgendeine Prüfung besteht, sondern uns liegt es ja wirklich daran, nachhaltiges Lernen zu ermöglichen. Und da wollen wir eben im Rahmen dieses Kurses auch den Ausbilder ein bisschen an die Hand nehmen, ihm eben die Agilität erleben lassen, ihm viele agile Methoden an die Hand geben, damit er einfach selber ein Gespür dafür bekommt, sie selber mal ausprobiert, damit er auch eine andere Hemmschwelle hat, wenn er es dann mit seinen eigenen Azubis ausprobiert. Aber natürlich auch dem Ausbilder so ein paar Coaching-Methoden an die Hand geben, was bedeutet Coaching im Ausbildungskontext, aber auch einen kleinen Impuls rund um agiles Lerncoaching. Weil ihr habt es jetzt in der Theorie, seht ihr sehr, sehr viel auf Mitarbeiter-Ebene, Unternehmensebene, aber ich habe da auch schon Erfahrung mit Auszubildenden, die sind am Anfang ein bisschen verwundert. Also wenn man als Dozent oder als Referent in den Kurs reingeht und eben nicht sagt, so die nächsten acht Stunden erzähle ich euch jetzt, was wir machen, die Stunde machen wir das Thema, die Stunde machen wir das Thema, die Stunde machen wir das Thema, sondern wirklich sagt, hey, auf was habt ihr Lust, was wollt ihr wie gestalten und wie fangen wir damit an? Also das ist wirklich ein hochspannender Prozess. Also wenn man da reingeht, sind erstmal alle schockiert und überfordert mit so viel Freiheit. Also wenn man so einen Acht-Stunden-Kurs hat und der Referent maximal eine Stunde vorne redet und der Rest wirklich eigenverantwortliches Erarbeiten von den Inhalten ist, aber so viel kann ich euch versprechen, wenn das Ganze mal fruchtet, dann werdet ihr unglaubliche Lernkurven haben und das Schöne ist, die Azubis lernen nicht nur ihre IHK-Inhalte oder die zum Beispiel das Programmieren lernen, sondern sie lernen vor allem das Lernen selber und sie gehen auch in Zukunft, also wie gesagt, ich habe noch mit teilweise den Azubis von damals Kontakt, sie gehen ganz anders an Themen dran. Sie suchen nicht immer den einen Experten oder den Lehrer, den sie immer fragen können, sondern sie haben es selber gelernt, sich Sachen anzueignen, Sachen zu erarbeiten, Recherche zu betreiben und halt auch verschiedene Blickwinkel auf das Ganze zu sehen und all diese Impulse oder diese Möglichkeiten möchten wir eben jetzt auch versuchen, den Ausbildern an die Hand zu geben mit verschiedenen Tools, mit verschiedenen Methoden, aber mit ganz viel Experimentieren, weil wir haben festgestellt, und da sind wir in der Zusammenarbeit mit der IHK, dass halt vor allem der Ausbilder so diese gewisse Hemmung am Anfang hat. So wie kann ich meine Azubi-Agilität rüberbringen, diese coole, moderne, hippen Sachen, wenn ich selber noch nicht so ganz weiß, wie das Ganze tickt. Und da möchten wir eben in Vorleistung kriegen, den Ausbilder an die Hand nehmen, den Ausbilder fit machen, damit der Ausbilder, und das ist unten das letzte Bild, diese Transferpfeile schafft, damit er es aus seinem eigenen Kontext, mit seinen eigenen Azubis rüberbringt. Und das ist so ein kleiner Impuls, der jetzt von meiner Seite erstmal an der Stelle sogar schon fertig ist. Also vielleicht nochmal zusammenfassend so diese IHK mit all ihren Themen, gute und schlechte Seiten. Dann gibt es eben das Thema rund um agiles Lerncoaching, was ihr gerade lernt, aber auch die agile Hochschuldidaktik, die ja auch ein paar Faktoren da mit reinbringt. Und das Ganze zu verbinden, was ist da machbar, zum einen für den Azubi, aber was ich auch immer sehr, sehr wichtig finde, den Ausbilder oder halt den Ausbildungsbeauftragten, wie sie auch immer heißen in Unternehmen, da auch mitzunehmen. Und da können wir jetzt gerne ein bisschen in den Austausch gehen. Ich habe, wenn ich auf die nächste Folie komme, einfach mal so ganz platt ein paar Fragen in den Raum gestellt. Also halt, wo seht ihr da vielleicht Chancen, was haltet ihr grundsätzlich davon, wo kriegt ihr sofort irgendwie Gänsehaut oder denkt ihr, oh Gott, das kann man doch nicht machen. Zum Beispiel so, ja, acht Azubis so alleine in einem Raum den ganzen Tag lassen, das kannst du ja nicht machen. Doch, kann man, ist am Anfang problematisch, aber irgendwann, ja, ein meiner größten Erlebnisse ist, als sie mich herausgeschickt haben, weil ich sie quasi gestört habe in ihrem Lernraum, also ist alles machbar. Aber da können wir uns jetzt gerne mal ein bisschen austauschen. Vielleicht habt ihr schon Erfahrungen, sodass wir da gerne jetzt mal ins Gespräch gehen. Ich sehe schon die ersten Rückmeldungen. Genau, der Harald meldet sich beim Harald, sehr schön. Genau, es gibt auch für die Schule, gibt es, da gibt es auch dieses Framework EduScrum, wen das Ganze ein bisschen interessiert. Auch das habe ich mir schon mal durchgelesen. Ich finde, also meine persönliche Meinung zu EduScrum ein bisschen speziell, gerade dieses Thema, ein Schüler soll selber Scrum Master sein, hatte ich in meiner Zeit als Ausbilder auch mal probiert, einen Azubi quasi als Scrum Master für die anderen Azubis herzunehmen. Funktioniert mal besser, mal schlechter. Okay, genau. Und jetzt dürft ihr gerne Fragen stellen oder die Hand heben. Dankeschön, Waldemar. Gerne per Ton oder per Video oder per Chat. Ich habe deine Handmeldung gesehen. Ja, ich komme da jetzt mal rein. Also ich kann tatsächlich aus der anderen Seite im dualen System mal berichten. Ich bin in einer Berufsschule im IT-Bereich unterwegs und wir versuchen im Grunde das, was wir mit agilen Strukturen beziehungsweise mit Selbstorganisation und Individualisierung begonnen haben in 2007, das Ganze jetzt auf die agilen Strukturen der Unternehmen im Grunde Richtung Scrum Framework umzusetzen im Unterricht. Die Herausforderung ist tatsächlich, wenn ich rückblickend auf gestern schaue, dass viele Auszubildende natürlich aus den formellen Strukturen der Normen kommen und im Grunde diese Freiheiten nicht gewohnt sind. Das heißt, man braucht da einen relativ flachen Einstieg, um sie an diese neuen Herausforderungen, die sich natürlich ergeben durch die eigene Organisation, durch bei uns auch eigene Zielformulierung in einer Lernsituation, die erst für einen Sprint-Zeitraum, bei uns ist das eine Woche, die kommen also in Blockwochen, und dann auch nochmal in einer Teamorganisation, wo sie gemeinsam diese Lernsituation bearbeiten, im Grunde auch mit dem Ansatz dessen, dass man bereit ist, Wissen anzunehmen von anderen und Wissen anderen zu geben. Also das ist jetzt nochmal in diesem Kontext. Und es funktioniert. Wir haben in den IT-Klassen eine, bei den Anwendungsentwicklungen, ich sage mal eine Abdeckung von circa 30 Prozent an Unternehmen, die agil strukturiert sind. In den anderen Schwerpunkten wie Systemintegration ist das eher noch weniger. Das sind vielleicht ein, zwei Ausbildungsbetriebe, die so arbeiten. Da ist das schon einfacher, weil sie diese Strukturen im Unternehmen kennengelernt haben. Das ist insofern förderlich, weil sie in solchen Teams, wenn man Einzelne hat, die in Unternehmen so arbeiten, natürlich dieser Transfer besser funktioniert. Die Herausforderungen sind aber tatsächlich in der Struktur und wo wir viel Wert drauflegen, ist im Nachgang auch tatsächlich in der Retrospektive nicht über die Inhalte, also die Wissensinhalte des Curriculums zu reden, nur tatsächlich mit den Teams, wie hat das funktioniert, wie hat ein Wissensaustausch funktioniert, wie hat Lernen, die Lerneinteilung. Und was ein sehr wertvolles Tool aus dem Scrum Framework ist, ist es tatsächlich das Board und die Transparenz dessen, was macht einer und wo ist er gerade in der Themenwoche. Und zusätzlich dazu kommt, und gerade jetzt in der Corona-Zeit, sind im Grunde die Strukturen, die greifen jetzt im Online-Lernen noch mehr. Das heißt, ich kann mit meinen Lernenden im Grunde die Strukturen abbilden. Und was hilfreich ist, ist tatsächlich dieses tägliche Daily, wo man sich auch nochmal austauscht, gibt es Fragen, welche Inputs braucht ihr zusätzlich und so weiter. Also ich würde aus den Erfahrungen auch werben, sich auf so einen Weg zu begeben und das tatsächlich auch in anderen Strukturen, also in anderen Schulformen vielleicht auch mal versuchen. Da zielt ja Edu-Scrum drauf, dann gibt es ja nochmal dieses Scrum for Schools von Boris Glogger, die auch in diese Richtung Angebote für Lernbegleiter bereithalten. Und ich muss in unserer Situation sagen, was natürlich den Kolleginnen und Kollegen geholfen hat, war ja eine komplette Lerncoach-Ausbildung. Also das hilft natürlich, in solchen Strukturen zu arbeiten. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch eine kleine Anekdote, weil du vorhin gesagt hast, es ist immer schwierig, den jungen Menschen plötzlich so viel Freiheit zu geben. Ich hatte es vorhin schon gesagt, wenn die plötzlich so eigenverantwortlich den ganzen Tag gestalten, da hatte ich die gute Erfahrung mit Experimenten. Also wir hatten, das erste Experiment war wirklich zu sagen, ich gebe euch einen Arbeitsauftrag und verlasse den Raum. Ist schiefgegangen, weil gefühlt nach ein, zwei Stunden kaum Ergebnisse waren, weil die überfordert waren. Die meisten waren am Smartphone gehockt und wussten nicht so, okay, was mache ich mit der ganzen Freizeit oder mit dieser Freiheit. Und dann hatten wir das Experiment, ja Harald, sei doch bitte irgendwie im Raum, ohne im Raum zu sein. Und dann habe ich halt gesagt, naja, sag mir, wie ich das sein kann. Und das war ganz witzig, es war ein ganz normaler Besprechungsraum oder ein ganz normaler Schulungsraum. Und wir haben wirklich vorne beim Referenten, vor den Referenten drei Pinnwände hingebaut, sodass ich im Raum war, ohne im Raum zu sein. Also ich habe sie nicht gesehen, ich habe sie nur ein bisschen gehört, konnte problemlos an meinen normalen Themen arbeiten, aber sie wussten, sobald irgendwas ist, sobald sie irgendwelche Fragen haben, ich bin da mit im Raum. Und das klingt total makaber, aber das war ein unglaubliches Lerneffekt für die Azubis, aber auch für mich. Ich habe ihnen dieses Gefühl gegeben, im Raum zu sein, ohne im Raum zu sein. Und auch da, Waldemar, wie du schon sehr schön gesagt hast, Retrospektiven, immer drüber sprechen. Bei uns waren es zwei Tage Sprints, wo wir immer am Ende zwei Stunden uns Zeit genommen haben, um diesen Prozess zu reflektieren. Weniger die Inhalte, weil die sind teilweise einfach vorgegeben, aber einfach diesen Prozess zu reflektieren, wie können wir als Lernteam, und da habe ich immer alle Azubis mit ins Boot gezogen, wie können wir das bestmöglich gestalten, das Ganze. Von dem her, vielen Dank für deinen Impuls. Ich sehe zwei weitere Händemeldungen. Ich glaube, die Silke war zuerst. Silke freut sich, dass sie zuerst ist. Hallo. Hi. Ja, also ich versuche mich kurz zu halten, damit andere vielleicht auch noch die Möglichkeit haben, was dazu zu sagen. Ich freue mich sehr über dieses Thema, weil ich mich damit intensiv beschäftige. Und zwar die Frage, wie ich die Möglichkeit habe, mit meinen Fähigkeiten als agiler Coach, also ich bin auch Agile Change Coach, ich beschäftige mich hauptsächlich mit Veränderungsprozessen, und meiner sozusagen implizit agilen Lerncoaching-Erfahrung in der Nachhilfe, weil ich tatsächlich einen Kfz-Mechatroniker begleite, jetzt schon zwei Jahre. Und es mir hier im Wesentlichen darum geht, ihn eigentlich darin zu schulen, wie er mit den Inhalten umgeht, wie er zum Teil auch mit einem Schulsystem umgeht, was überfordert ist, will ich mal zum Teil wirklich sagen, weil es hier gerade im Handwerk viele Instanzen gibt, die alle mitreden. Wir haben eine Erinnerung, wir haben die Berufsschule, wir haben den Ausbildungsbetrieb und so weiter. Das heißt, ich sehe, wo es hier einen Bedarf gibt. Und jetzt gerade in Corona-Zeiten, Selbstorganisation passierte, lernt doch mal selber für die Zwischenprüfung, war dann der Auftrag. Was ist da passiert? Komplette Überforderung, weil keine Führung. Und Agilität braucht auch eine Struktur. Und meine Frage, also ich könnte jetzt lange darüber reden, aber meine Frage ist, wie kommt man da rein? Wie kommt man dahin, Ausbilder in Betrieben oder auch in der Schule und so weiter zu unterstützen dabei, sie aufzuschlauen, wie so eine agile Lernförderung, nenne ich mal, das jetzt aussehen könnte? Das heißt, inwiefern können wir mit unserer Kompetenz wirklich hier beauftragt werden? Also das ist meine große Frage, wie kommt ich da rein in so ein System? Also meine Erfahrung an der Ecke, und da haben wir auch mit der IHK viel zusammengearbeitet, ist dieses Thema... An der Stelle ist so ein Thema der geschützte Lernraum. Also wirklich den Ausbildern die Möglichkeit geben, auf einer grünen Wiese, ohne diesen betrieblichen Druck, ohne diesen direkten Kontext, das einfach mal ausprobieren zu können. Weil ich glaube, wenn wir jetzt als Coaches, Lerncoaches oder du als Change-Coach dahin gehst und sagst, hey, mach das mal so und so, dann wirst du Erfolg haben. Die haben da eine gewisse Hemmung, das wirklich anzuwenden, weil sie keine Erfahrung haben, weil auch viele dann so ein bisschen Ängste haben, okay, wenn ich jetzt mit irgendwelchen fancy Methoden zu meinem Azubi gehe, dann mache ich mich ja eher lächerlich, als dass ich ihm wirklich helfe. Und deswegen haben wir jetzt eben mit der IHK zusammen dieses Format hochgezogen, um eben zu sagen, Ausbilder, egal woher sie kommen, aber alle so mit dieser gleichen Zieldenke, okay, ich möchte dieses neue Lernen ein bisschen reinkriegen, damit sie einen geschützten Rahmen haben, um das Ganze mal auszuprobieren. Das sind ganz viele interaktive Teile, wo die Ausbilder miteinander agieren, wo die Ausbilder aber auch ihre eigenen Szenarien mitbringen, sodass wirklich in diesem geschützten Raum ausprobiert werden können oder ausprobiert werden kann, man sich dadurch eine gewisse Erfahrung, Selbstbewusstsein im Umgang mit den Methoden aneignen kann und dann gestärkt und am besten mit konkreten Use Case für das eigene Szenario wieder zurück ins Unternehmen kann. Also lange Rede, gar keinen Sinn, an der Stelle wirklich zu sagen, gib den Ausbildern irgendwie die Chance, einen geschützten Testraum zu schaffen. Wenn es mehrere Ausbilder sind, nehm mehrere oder lass die Ausbilder an vielleicht Mitarbeitern testen, wo sie eine andere, ich sag mal, hierarchische Thematik haben, weil ich glaube, es ist sehr, sehr schlecht, wenn ein Ausbilder an einem Azubi was ausprobiert und so ein bisschen Angst hat, ja, sich ein Stück weit lächerlich zu machen oder halt den Respekt der Azubis zu verlieren. Im Moment komme ich nicht so ganz an die ran, weil dieses Erfahren kommt ja manchmal dann eben auch aus den Möglichkeiten oder meistens aus den Möglichkeiten. Deswegen kurz gibt es für mich eine Möglichkeit, hierzu irgendwie näher zu lesen oder mich schlau zu machen bei der IHK eine Stelle oder irgendwas, eure Infos zu eurer Ausbildung, die ihr jetzt, wenn ihr wahrscheinlich auf der Website, aber... Genau, die findest du auch unter Cola und haben wir es auch verlinkt. Ansonsten mich gerne mal anschreiben, dann können wir gerne im Nachgang mal zu zweit nochmal tiefer einsteigen. Genau, gute Idee. Dankeschön. Dankeschön. Dann gebe ich jetzt weiter an meinen Namensvetter, den Harald. Ja, hi. Hi. Ich bin der mit der Schule. Ich habe dann nichts damit zu tun, außer, dass meine Kiddies dort waren jetzt. Die sitzen heute gerade noch im Abitur. Nee, die müssten jetzt fertig sein. Ich will gar nicht groß darauf eingehen, vielleicht zwei, drei Stichworte, wie wir das damals gemacht haben. Wir sage ich deshalb, weil ich im Aufsichtsrat beim Träger war, der Schule, ist ja Privatschule und dort maßgeblich so Agile Mindsets versucht habe zu implementieren. In der Schule gab es einen Wochenplan, also der Wochensprint wurde mit den Schülern vom Lerncoach geplant. Der wurde visualisiert auch. Der Schüler hat so ein Lerntagebuch dann gehabt, wo er sich die Lernnuggets rausgezogen hat aus dem bayerischen Lehrplan. Das war dann das Kompetenzraster. Das galt es halt insgesamt aufzufüllen. Und am Ende der Woche gab es letztendlich eine Retro mit dem Lerncoach individuell. und ja, einfach mal so. Ich will auf zwei Punkte eingehen, die ich jetzt schon gehört habe und das nur noch mal verstärken. Das Thema der passenden Coaches ist das größte Thema gewesen, das wir dort in der Schule erlebt hatten, weil Lehrer resistent sind, Entschuldigung, jetzt bin ich ganz böse, eher mal resistent sind gegen Inputs von nicht schulischen Umfeldern wie Industrie. Und der zweite Blocker war aber auch wirklich die Eltern, die das sehr skeptisch gesehen haben. Deshalb findet man heute auf dem Webauftritt der Schule auch diese Worte nicht mehr so explizit, wie sie früher genannt waren. Und was gut wirklich funktioniert hat, war das, die Kiddies zu sehen, wie die da echt schnell reinwachsen. Also nicht in zwei Stunden, würde ich mal sagen, aber ich habe Kinder erlebt, die bei Elternsprechtagen nach vier Monaten Schule erklärt haben, wie dieses Vorgehen funktioniert und wie sie das positiv erleben und wie sie ihre Erfolge damit feiern. Und da sage ich mal, nicht die Lernenden sind hier an der Stelle der Bremser, sondern es ist der Kontext, die Paradigmen aus dem Umfeld und das Thema ist Mindset, Mindset, Mindset. Und meine Antwort wäre jetzt zu der Frage, wie kommt man da rein? Man suche sich Umfelder, die neugierig sind, die irritiert sind von den aktuellen Verfahren, die Lust haben, in irgendeiner Form was auszuprobieren. Versuch nicht, in etablierte Kontexte reinzugehen. Du wirst dir die Zähne ausbeißen. Wie wir ja wissen, Agile macht man nicht durch die Anwendung von Praktiken, sondern das funktioniert dann, wenn die Leute es erleben können. Genau. Super. Vielen Dank. Oder auch einen kleinen Erfahrungswert, den ich hatte. Ich hatte es ja mit den Azubis dann ausprobiert, durchexerziert. Und das Schöne war dann, ich hatte Azubis, waren für mich immer so kleine Pflänze, die ich in der Firma verteilt habe. Weil die haben das erlebt, dieses Mindset, sind dann zurück in ihren Fachbereich, der vielleicht noch ein bisschen anders war. Und dann ähnlich wie bei dir, dann erzählen plötzlich diese jungen Leute anderen, wie sie es erleben, wie sie ticken, wie ihre Arbeit ist. Und dann schaffen es auch junge Menschen, plötzlich Leute, die das schon immer so gemacht haben, und überhaupt zu begeistern mit neuen Methoden. Und das ist dann ähnlich, wie du gesagt hast, wenn dann mal so ein paar junge Leute stehen und erzählen, wie gut es funktioniert und was das alles Tolles bringt, dann hören dann auch die Leute anders zu. Also so ein paar Success-Stories und so einfach mal rüberbringen. Ich glaube, dann kann man auch den größten Verweigerer irgendwann weichklopfen damit. Von dem her, vielen Dank, Harald. Und ich sehe, der folgt mal. Hat mal die Hand gehoben. Ich weiß nicht, ob es hier noch aktuell ist. Ja, ja, ja. Doch, war beabsichtigt. Danke. Ja, also um nochmal anzuknüpfen, was der Harald gesagt hat gerade, der andere Harald, Thema Mindset, gar keine Frage. Ohne das geht es nicht. Und deshalb ist es ja auch wichtig, da an der Stelle anzuknüpfen. Mich würde aber in dem Zusammenhang deiner Erfahrung mal interessieren, ihr sprecht von dem Individuum, ihr sprecht von dem Lernteam und ihr sprecht von einem Coach. Welche weiteren Rollen habt ihr denn sozusagen in eurem Lernsetting? Du hattest vorhin mal ganz kurz erwähnt, es ist nicht immer eine gute Idee, jemanden von den aktuellen Auszubildenden zum Master zu bestimmen oder zu entwickeln oder wie auch immer. Und ja, wer übernimmt sozusagen die Rolle des Product Owners oder eines Product Owner Teams, also Learning Owner Teams? Also das Learning Owner war in der Hinsicht ein Stück weit ich, weil ich quasi auf Basis von der sachlichen und zeitlichen Gliederung die Themenkomplexe mitgebracht habe, aber die inhaltlichen Aufbau oder die Vorgehensweise, also vorhin war schon der schöne Punkt Transparenz. Also ich habe eigentlich für so ein Zwei-Tages-Modul habe ich meistens so vier, fünf Kärtchen mit so Überthemen, zum Beispiel Überthema in der Programmierung, UML oder testgetriebene Entwicklung. Das sind irgendwelche Blasen. Darüber kann man Wochen und Monate philosophieren, Berichte schreiben, sonst wie. Aber das waren die Themen, die ich mitgebracht habe. Und auf Basis von denen habe ich mit den Azubis zusammen den roten Faden erarbeitet, die Reihenfolge festgelegt. Und halt, ja, also letztendlich, ich sage mal, ich hatte so diesen Blick IHK. Was müssen wir für die IHK lernen? Was müssen wir für die IHK erarbeiten? Aber die Art und Weise, die Tiefe, die Methodik, all das durften die Azubis mitbestimmen, weil, wie es der Harald vorhin so schön gesagt hat, wenn man die irgendwie ein bisschen anstichelt, die haben die besten Ideen. Also irgendwann haben die Azubis angefangen, mir Ideen zu schicken. Die haben mir Links geschickt, die haben mir irgendwelche Portale geschickt, probiert das mal aus, die haben mir Kurse geschickt. Und dann habe ich immer gemerkt, hey, wieso nehme ich nicht diejenigen mit in die Verantwortung, die es doch erleben wollen oder erleben können. Ja, ich frage deshalb vor dem Hintergrund und ich habe mir das schon so ein bisschen so gedacht, dass der Learning Owner, dass das sozusagen derjenige ist, der sie begleitet. Nun hast du ja gleichzeitig dann sozusagen manchmal auch den anderen Hut auf, den des Coaches. Und das kann ja manchmal auch zu Konflikten führen. Also wenn ich jetzt mal an agiles Projektmanagement denke, da haben wir einen Product Owner, da haben wir einen Team, da haben wir einen Master. Und manchmal brauchen wir da auch einen Coach, der eben auch an einigen Stellen vermittelt, insbesondere wenn es darum geht, dass das was, so die Definition of Done, oder wie auch immer die Qualitäten dort geklärt werden sollen. Oder, 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 gerade teamübergreifend hängt es ja davon ab, was für Strukturen ich im Unternehmen habe. Also wenn ich nach wie vor in der Matrix arbeite oder andere Dinge, spielt ja keine Rolle. Also es gibt manchmal auch so eine übergreifende vermittelnde Funktion. Die sollte ja nicht der Product Owner einnehmen. Also wie bist du sozusagen mit diesem Twitter, mit dieser Twitter-Funktion umgegangen? Wir hatten da zwei verschiedene Ansätze. Der erste Ansatz war zu sagen, letztendlich bewert, also es gab immer eine 12er-Gruppe und die 12er-Gruppe bewertet selber, ob die Inhalte richtig und das Passende sind. Also diese Definition of Done ist im Team entstanden. Das heißt, alles, was erarbeitet wurde, jede Aufgabe, jede Gruppenarbeit wurde immer dem Plenum, also den anderen 12 insgesamt, vorgestellt und dann hat man zusammen das Ganze reflektiert. Also so eine Art Review über die Inhalte hat immer im Plenum stattgefunden. Also dieses Definition of Done war eigentlich auf alle Köpfe verteilt. Ja. Und das Zweite, was da, der zweite Ansatz war Gamification. Also wenn man gar nicht mehr weiß, wohin dann einfach Azubis zwei Gruppen teilen und die gegeneinander spielen lassen und wenn es am Ende nur eine Runde Kaffee ist, die hauen sich am liebsten die Köpfe ein, weil da sind die Feuer und Flamme. Ja. Ja, ja. Und auch da war es dann eben so, da war ich in der Rolle als Kunde und habe gesagt, hey, wenn ihr Death Feature macht, kriegt ihr dafür 300 Punkte, für Death Feature 500 Punkte und schon haben die imaginär ihre Punkte zusammengesammelt und sind wie die Wilden losgerannt und haben losentwickelt, weil sie waren angefixt. Also da ging es um virtuelle Punkte und am Ende wirklich um eine Runde Kaffee und die war eine Woche sowas von on fire, das war sehr beeindruckend. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Harald, hier ist Piwi. Ja, hi Piwi. Genau, da hast du gerade ein Stichwort geliefert, nämlich Gamification und Punkte sammeln, was ja immer wieder so in Leistungskontrolle auch ganz schnell in den Ohren von Betriebsräten klingelt. Deswegen würde mich mal interessieren, wie hast du die Betriebsräte davon überzeugt, dass das ein ganz wichtiger und zukunftsweisender Weg ist, so die Azubis im Unternehmen einfach auch an die Realität zu führen? Ich hatte dieses Gamification Thema eigentlich nur innerhalb einer Einheit, also innerhalb einer Ein-Wochen-Einheit. Es gab auch mal Überlegungen zu sagen, lasst uns mal die komplette Ausbildung mit Punkten oder mit irgendwelchen Avataren oder irgendwelchen Budgets oder sonst wie abbilden, aber da war eben genau wie du gesagt hast dieses Betriebsrat-Thematik, deswegen sind wir dann davon abgekommen. Deswegen hatten wir dann eben nur gesagt, wir machen es nur auf ein einzelnes Seminar, wo man von vornherein weiß, wir beginnen am Anfang beide mit null Punkten und am Ende geht es um eine Runde Kaffee und innerhalb einer sechs Person, also es ging ja glaube ich insgesamt um 4000 Punkte und da wusste jeder, es geht um eine Kaffee und es ist egal, was in der Woche passiert, es ist das Richtige, weil es geht um keinen Punkt, sondern es geht um die Lerninhalte, die man da vermittelt. Deswegen bewusst kleinskaliert um dieser Gefahr vom Betriebsrat und Leistungskontrolle und sonst was entgegenzuwirken. Genau, ich meinte es aber gar nicht nur auf diese Gamification bezogen, sondern generell auf das Konzept. Da gehe ich mal davon aus, dass du ja auch da im Dialog mit dem Betriebsrat warst und vielleicht, also was war da schwer in der Diskussion mit dem Betriebsrat oder waren die von Anfang an Feuer und Flamme und wenn das nicht, wie hast du sie davon überzeugt? Also wirklich diesen agilen Lernprozess da in der Ausbildung zu etablieren? Also wir haben es Ihnen von vornherein vorgestellt. Es war mehr so diese Gefahrenaspekte, die angesprochen, wie ist es mit Schwächeren und Stärkeren. Nicht, dass der eine sich schlechter fühlt, der andere irgendwie über die anderen hervordroht. Und wir hatten da wirklich einfach das angesprochen, dass wir immer präsent sind. Also dass wir selbst in so einem selbstgesteuerten Kontext, wir sind immer präsent. Das heißt, da gibt es keinerlei Mobbing, dass irgendwie der Schlechteste den ganzen Tag hinten angestellt wird, sondern sind da sehr offen und transparent auch gegenüber dem Betriebsrat vorgegangen. Wir haben sie auch regelmäßig informiert. Es war, glaube ich, zu der Zeit sogar ein Azubi von der JAV mit drin, was ja quasi die jungen Ausbildungsvertretung auf Azubi-Ebene ist, sodass wir da einfach immer mit offenen Karten gespielt haben. Also wir haben denen das immer präsent gezeigt oder halt immer transparent gezeigt, was wir da mit wem wie tun, sodass da eigentlich nie so dieses Thema entstanden ist, hey, was machen die da? Ist das alles richtig, was die da tun? Geht es da irgendjemand schlecht? Geht es da irgendjemand gut? Es war dann sogar so weit, und da bin ich bis heute noch besonders stolz drauf, da habe ich den Azubis die Chance angeboten, erzählt, was ihr erlebt habt dem Haus. Und da waren dann am Ende wirklich zwei Azubis, die vor knapp 150 Mitarbeitern einfach mal in der Stunde einen Vortrag gehalten haben, hey, so war unsere Ausbildung. Und auch da wirklich volle Kraft voraus mit offenen Karten spielen, weil ich sage mal, wenn da zwei Azubis von sich aus 150 Menschen erzählen, wie es war, dann wird es jetzt, wird es wahrscheinlich die Wahrheit gewesen sein. Also, und das war wirklich, was ich ein gutes Gefühl dabei hatte, immer aktiv zu kommunizieren, und bewusst transparent zu kommunizieren. Ich habe denen auch Probleme und Fehler eingestanden, wo ich gesagt habe, okay, wir haben nach den ersten Retros festgestellt, zum Beispiel das mit diesem Ich bin zu selten präsent gewesen, das war ein Fehler, aber an dem haben wir gearbeitet, an dem haben wir zusammen weiterentwickelt und dadurch wurde es besser. Ich hätte noch eine zweite Frage, Harald. Das ist zufällig eine Feststellung darüber, dass eure Azubis in den Schulen, in den Berufsschulen, in den Tests, in den Abschlussprüfungen etc. in irgendeiner Form besser oder schlechter abschneiden. Also gibt es da eine Rückkopplung, die ihr feststellen könnt? An sich nein, also keinen fixen Wert. Das Ganze begann vor zwei Jahren, sodass eigentlich die Azubis, mit denen ich es damals begonnen habe, müssten jetzt aktuell in der Abschlussprüfung sein. Was ich aber deutlich gemerkt habe und auch von vielen aus dem Haus wiedergespiegelt bekommen habe, ist dieses Thema, mein Azubi ist so mündig geworden. Also der bringt sich ganz anders in die Themen ein, der nimmt Themen ganz anders auf. Wie das natürlich dann in diesem verhältnismäßig starren schulischen Kontext ist, wo es dann wieder heißt, lerne auf einen Ex, lerne auf eine Schulaufgabe, da gibt es, wie gesagt, keine Zahlen dafür, aber ich sage mal, gefühlt von mir, sowohl als auch von den Mitarbeitern im Haus, deutlich positiveres Verständnis für die Art und Weise, wie die lernen und vor allem auch, was sie lernen. Okay, danke. Genau. Da hänge ich mich jetzt einfach frech nochmal an und sage, auch das funktioniert bei den Schülern größtenteils. Warum aus diesem relativ freien Arbeiten, Projektgruppenarbeiten, Jahrgangsstufen übergreifend, müssen die sich irgendwann mal den echten Dingen stellen da draußen? und das Lustige ist, die haben es so gut wie alle sehr gut geschafft, weil sie nämlich im Prinzip ihre Lernstrukturen, die sie sich erarbeitet haben, die haben sie halt mitgenommen und dann in die neuen Kontexte abgebildet. Und das zu messen, glaube ich, ist schwer, aber es mal zu sehen und zu fühlen, ja, es funktioniert schon. Genau, genau dieses Thema Lernen lernen. Also sie haben ein ganz anderes Verständnis. Es ist nicht mehr dieses Selbstverständnis zu sagen, ich renne jetzt zu meinem Lehrer, ich renne jetzt zu meinem Ausbilder, wenn ich eine Frage habe, sondern ich setze mich erst mal selber auf eine eigene Art und Weise damit auseinander. Gut. Es ist zehn über Plan. Hat denn noch jemand Fragen? Also erst mal vielen Dank für alle Wortmeldungen und schriftliche Meldungen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Nee, im Chat schaut es ganz gut aus. Möchte noch jemand eine Meinung zum Besten geben oder eine Frage stellen oder eine Anmerkung haben? Okay, nachdem sich niemand meldet. Gut, dann kann ich von meiner Seite nur vielen Dank für den netten Mittagsaustausch sagen und würde mich freuen, wenn wir den einen oder anderen heute Abend in unserem kleinen Bergfest wiedersehen und wünsche euch ansonsten noch ganz viel Spaß in unserer Woche bei Moocamp und bis hoffentlich bald. Ciao, ciao. Ciao.